Es ist Dezember, als auf den Wurf ein Kind, ein Mädchen, durch eine sehr schwere Geburt, das Licht der Welt erblickt hat. Alles wurde falsch gemacht, alles, wenn sie nicht so stur gewesen war. Und als sie die glückten Leute hat gehört, und sie hat auch gesehen an der Stelle, wo sie ausgestanden ist, hat sie das Ausmaß von der Tragödie noch nicht einmal erahnen können. Das Leben von der Zenzel war von Kindesbeinen an schon geprägt mit der Arbeit. In der Früh ausstehen, an der Stohlarbeit mithelfen, Frühstück und dann ab in die Schule. Alle Schulstufen in einer Klasse. Ist man aus einer sehr guten und wohlhabenden Familie gekommen, oft hat man es beim Lehrer leicht geholfen. Oder im Obernitterfall, oft hat man schneller mit dem Lineal aus über die Finger hochgekommen, als wenn man schauen kann. Ich habe mich in der Zeit, wenn das Eis geschmolzen ist. Sie ließ menschlicher Nähe zu. Wurmler haben wir uns auf Talweil getroffen, meistens an dem Ort, wo wir uns das erste Mal näher kommen haben. Ich war entschlossen, mit ihr aus Ätztol zu gehen, die Knuner Bauernschaft zu bearbeiten. Ich habe für sie alles getan, ich habe alles zurückgelassen, nur um bei ihr zu sein und mit ihr zu leben. Aber nein, wenn ich zurückgedenk, muss ich doch ihr Größe bewundern. Diese Menschlichkeit. Denn sie hat wieder nur auf andere geschaut und nicht auf sie selber. Bevor Zenzel schwanger war, wollte sie in die Schweiz gehen, als Haushaltshilfe oder in einem Osthaus als Kellnerin. Aber sie hat keine Arbeitsstelle gefunden. Und auch so ist ins Zill auf der Linden auf den großen Hof gekommen. Kurz nach der Geburt hat sie mir einen Brief geschrieben, dass ich Vater von einer gesunden Bögen geworden bin. Ihre Entscheidung, welche sie gedrückt hat, das Kind auch ohne Gras zu ziehen, hat mich sehr verletzt. Ich hätte aber nicht so stur sein sollen, nicht wütend auf sie. Durch mein Verhalten, habe ich ins All nichts geübt. Da habe ich eine Frau, die ein Schnaps lieber mag als mich, für die kinderische Situation auch nicht geübt. Mein Mütter ist alt geworden. Sie hat sie allweil mehr zurückgegeben. Sie bereut sehr, welches Unrecht sie der Zenzel umgedacht hat. Und dass sie in unserer Zukunft am Weg gestanden ist. Man kann nur das Beste draus machen. Sie hat sie in unserer Zukunft am Weg gestanden ist. Sie hat sie gesagt, wenn sie noch über die Entscheidung stand, darf sie sein. Und jetzt geben wir ein Bier zu trinken. Oder ein Glas nur ein. Zurücksele ich in unserer Kontrolle. Sofern ist die Liebe lang hörlich wie früher. AST